Ich habe mal eben gerade spontan ein Wordle auf einer anderen Webpage gelöst, Wordle.at, auch deutsche Wordles. Mithilfe meines Skriptes, ich habe angefangen mit dem Erstvorschlag Ideal. Die Antwort von Wordle.at war I falsch, D falsch, E richtig, aber am falschen Ort, A falsch, L falsch. So, und dann bin ich hier durch meine Liste durchgegangen und habe mir als nächstes Wogen ausgesucht. Das Reply-Pattern war W falsch, O am falschen Ort, G falsch, E immer noch am falschen Ort, N am falschen Ort. So, hier sind jetzt nicht mehr viele Optionen übrig geblieben. E-Tons, Krone, Neons, Neros, Rone, Tenor, Enorm, Knotenetto. Und ich habe mich für Tenor entschieden. Und damit war das Wordle des Tages auch schon gelöst. Das Skripte habe ich im Video hiervor entwickelt. Zusammen mit euch, wenn ihr sehen wollt, wie das funktioniert, könnt ihr ja gerne auf das Video in der Beschreibung klicken. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.